Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dividenden TV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David Lack und es freut mich euch heute ein neues Video vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es um ein stark unterschätztes Thema, nämlich um die Schulden der Unternehmen. Ich denke beim Investieren wird häufig viel zu wenig darauf geachtet. Wir sehen uns heute schuldenfreie Unternehmen an und das Ganze war ein etwas größeres Videoprojekt. Das heißt es war viel Zeit, die für die Vorbereitung draufgegangen ist. Und ich hoffe ja, wenn euch das Video gefällt, dann schickt es am besten euren Freunden. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. So könnt ihr mein YouTube Projekt am besten unterstützen. Wir werden uns heute ansehen, was ich eigentlich genau unter schuldenfrei Unternehmen verstehe. Da geht es nämlich um das Thema Nettoverschuldung. Das werde ich euch dann an einem Beispiel noch etwas genauer erklären. Und dann natürlich werde ich euch die 30 Unternehmen kurz vorstellen, die eben netto schuldenfrei sind. Und da gibt es gar nicht so viele Unternehmen, auf die das eben zutrifft. Das ist schon wirklich ein absolutes Qualitätsmerkmal und immer natürlich ein positives Signal, wenn es sehr geringe oder gar keine Schulden beim Unternehmen gibt. Und gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie aktuell haben und auch in Zeiten von steigenden Zinsen ist das natürlich sehr, sehr positiv für uns Investoren. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, diese schuldenfreien Unternehmen genauer anzusehen und vor allem auch sich mit dem Thema Schulden genauer auseinanderzusetzen. Ja, bevor es aber so richtig losgeht mit dem Video, wie immer kurzer Disclaimer, auf meinem YouTube Kanal findet weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf statt. Ja, beginnen wir gleich mit dem Begriff Nettoverschuldung. Was bedeutet der eigentlich und was verstehe ich unter schuldenfreien Unternehmen? Es sind nämlich keine Unternehmen, die eine Eigenkapitalquote von 100% haben, denn die werden wir gar nicht finden. Sondern wie ihr hier schon sehen könnt, die Nettoverschuldung ist eine Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Lage eines Unternehmens. Und sie gibt an, wie viele liquide Mittel ein Unternehmen noch übrig hat, nachdem es all seine Schulden mit den aktuellen liquiden Mitteln tilgen würde. Und dafür gibt es eben auch noch eine Formel, nämlich langfristige Schulden plus kurzfristige Schulden plus weitere zinstragende Schulden minus überschüssige Barmittel minus liquide Investments ist gleich die Nettoverschuldung. Ja, und um das Ganze noch etwas einfacher und verständlicher für euch darzustellen, habe ich mir ein Beispiel überlegt aus dem Privatbereich. Nämlich Privatperson A hat Schulden in der Höhe von 20.000 Euro für einen offenen Kfz-Kredit und 50.000 Euro für einen offenen Immobilienkredit. Das sind gesamt 70.000 Euro. Auf der anderen Seite aber auch liquide Mittel, nämlich auf dem Bankkonto liegen 100.000 Euro. Somit hat die Privatperson A natürlich Schulden in der Höhe von 70.000, aber wenn wir uns die Nettoverschuldung ansehen würden, dann müssten wir ja das Ganze zusammenzählen und dann kommt heraus, dass eben die Privatperson A sogar eine Netto-Liquidität hat von 30.000 Euro. Jetzt stellt man sich aber natürlich die Frage, ja warum zahlt die Privatperson A nicht einfach die Schulden zurück mit den 100.000 Euro? Das kann aber verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann es sein, dass eben noch sehr günstige Zinsen damals vergeben wurden für diesen Kredit und dass man da lieber liquide bleibt oder vielleicht das Geld für mögliche Investments zur Seite legt und die Schulden einfach weiterlaufen lässt. Und genauso ist es eben häufig auch bei Unternehmen. Die haben eben auch Schulden, aber auf der anderen Seite eben auch liquides Vermögen, das teilweise sogar eben die Schulden übersteigt. Und genau diese Unternehmen möchte ich euch heute vorstellen. Jetzt beginnen wir aber auch gleich mit dem ersten Unternehmen und zwar mit A.O. Smith. Ich möchte euch noch kurz erklären, was ihr hier alles auf dieser Folie sehen könnt. Links oben in der Grafik vom Aktienfinder seht ihr immer, wie hat sich der Gewinn des Unternehmens entwickelt. Das ist hier in grün eingezeichnet. Wie hat sich der operative Cashflow entwickelt. Das ist in gelb eingezeichnet. Und natürlich auch, wie hat sich die Dividende entwickelt. Das sind die blauen Balken, die hier sehr, sehr schön ansteigen bei A.O. Smith. Rechts oben seht ihr immer den Aktienkurs auf die letzten 5 Jahre. Von A.O. Smith hier zum Beispiel minus 19,8%. Das sieht nicht sonderlich gut aus, aber kann ja für uns Investoren auch eine Chance sein, um günstig einzusteigen. Rechts unten habe ich dann euch immer eine Grafik mitgebracht, was das Unternehmen eigentlich genau macht. Bei A.O. Smith handelt es sich zum Beispiel um Wassererhitzung, wie zum Beispiel Boiler. Und dann natürlich die Kennzahlen. Dividendenredite liegt bei 2,09% aktuell. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre bei 16,66%. Kontinuität seit 35 Jahren. Musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden, also sie wurde zumindest immer gleich gehalten oder erhöht. Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow liegt bei 41,3%. Nettoverschuldung zur EBTA. Diese Kennzahl natürlich hier immer im Minus. Minus 0,35%. Das sind immer absolute Topwerte eben. Marktkapitalisierung liegt bei 8,54 Milliarden Euro und das KGV bei 17,4. Ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Unternehmen und zwar zu Williams Sonoma. Hier seht ihr auch, wie stark die Gewinne da angestiegen sind seit dem Jahr 2020. Auch der Aktienkurs sehr schön angestiegen. 155,5% in den letzten 5 Jahren. Dividendenrendite aktuell bei 2,44%. Dividendenwachstum bei 15,47%. 15 Jahre kann die Dividende schon zumindest gleich behalten werden. Und die Ausschüttungsquote ist noch sehr niedrig, wie wir hier sehen können. Noch viel Spielraum für Erhöhungen. Natürlich Nettoverschuldung zur EBTA wieder im negativen Bereich. Marktkapitalisierung über 8 Milliarden Euro und KGV von 7,8. Also scheinbar recht günstig bewertetes Unternehmen, dass man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen sollte. Als nächstes kommen wir zu Toro Mount Industries. Hier geht es um den Verkauf von Industrieprodukten, aber große Maschinen wie zum Beispiel eben Caterpillar Maschinen, also Bagger und so weiter. Und auch hier sehen wir ja die Gewinnentwicklung, die sieht sehr, sehr gut aus. Genauso auch beim Aktienkurs. Dividendenrendite aktuell bei 1,44%. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre bei 16,66%. Seit 32 Jahren wird Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Also es handelt sich sogar um einen Dividenden-Aristokraten. Ausschüttungsquote bei nicht mal 50%. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,43. Und Marktkapitalisierung liegt bei 6,5 Milliarden. KGV bei 23,6. Also auch sehr solides Unternehmen auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zu Costco. Dieses Unternehmen hatten wir schon im letzten Video dabei, bei den zyklischen Konsumaktien. Und auch hier sehen wir ja sehr kontinuierliche Entwicklung vom Gewinn. Ich habe es ja schon angedeutet, ich finde nicht, dass das Geschäft sehr zyklisch ist. Aber es wird eben so eingeordnet. Und ja auch der Aktienkurs hat sich sehr gut entwickelt. 200% auf die letzten 5 Jahre. Und natürlich ja, da gibt es ja ziemlich alles zu kaufen bei Costco. Wie wir unten sehen können, auch zum Beispiel Fernseher und so weiter. Also Dividendenrendite liegt jetzt bei 0,7%. Dividendenwachstum bei 12,44%. Und seit 18 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Also auch solides Investment, aber meiner Meinung nach einfach zu teuer aktuell. Ja, dann kommen wir als nächstes zur Nike-Aktie. Und auch hier eben keinerlei Verschuldung. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,48. Ja, der Kurs ist deutlich zurückgekommen, aber immerhin noch 70% im Plus auf die letzten 5 Jahre. Und ich denke, das Unternehmen kennt sicherlich jeder Dividendenrendite aktuell eigentlich ganz ordentlich für Nike mit 1,3%. Und das Ganze bei 12% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. Und seit 19 Jahren wird eben Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Ja, als nächstes kommen wir zur Apple-Aktie. Da brauche ich natürlich auch nicht viel dazu sagen. Ja, sehr, sehr stark, wie sich der Gewinn und auch der Aktienkurs entwickelt hat in den letzten 5 Jahren. Dividendenrendite bei 0,6%. Das ist natürlich nicht sonderlich erfreulich für die Dividendeninvestoren. Aber wenn man da lange mit dabei ist, so wie ich zum Beispiel. Ich bin auch seit über 5 Jahren mit dabei. Und dann ist meine Dividendenrendite auf den Einstiegskurs auch schon deutlich über 2%. Und dann ist das Ganze schon deutlich angenehmer. Ausschüttungsquote sehr, sehr niedrig. Also da ist noch viel Platz für Dividendenerhöhungen. Und ich gehe auch davon aus, dass Apple noch viele, viele Jahre die Dividende erhöhen wird. Außerdem natürlich schuldenfreies Unternehmen, wie alle, die heute hier dabei sind. Somit absolutes Qualitätsunternehmen. Und wir kommen schon zur nächsten Aktie, nämlich Essentia, das Softwareunternehmen. Hier seht ihr noch rechts unten, in welchen Bereichen das Unternehmen überall tätig ist. Also ja, es ist auch sehr breit diversifiziert in diesem Bereich. Ja, die Gewinnentwicklung sieht auch sehr, sehr ordentlich aus. Genauso der Aktienkurs, der ist aber etwas zurückgekommen eben seit Ende 2021, wie bei so vielen Technologieaktien. Also die Aktie langsam auch wieder in einem Bereich, wo die Bewertung ganz fair erscheint. War ja in der Vergangenheit auch schon deutlich höher. Ja, und als nächstes kommen wir zu einem deutschen Unternehmen, nämlich zu Nemechek. Auch hier sehen wir, ja, es gibt definitiv starke Technologieunternehmen, auch in Deutschland. Und ja, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung. Beim Aktienkurs ging es kräftig nach unten. Und somit kommt auch Nemechek langsam wieder in eine interessante Bewertung. Trotzdem immer noch ein KGV von 33,3. Marktkapitalisierung knapp 5 Milliarden. Nettoverschuldung zur EBTA minus 0,13. Ausschüttungsquote bei knapp über 20 Prozent. Seit neun Jahren wird eben Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Dividendenrendite ja 0,8 Prozent. Und Dividendenwachstum von 12,81 Prozent. Also insgesamt sehr, sehr solides Unternehmen, das aber häufig etwas hoch bewertet ist. Aber ich werde mir die Aktie auf jeden Fall auf die Watchlist legen. Und wenn die noch weiterfällt, wird sie auch für mich interessant werden. Als nächstes kommen wir zum italienischen Unternehmen Reply. Habe ich ja auch vor kurzem schon mal vorgestellt gehabt. Sehr, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung. Jahr für Jahr wie an der Schnur gezogen sieht das hier aus. Und eben auch im Softwarebereich tätig. Dividendenrendite bei 0,73 Prozent. Dividendenwachstum auf die letzten fünf Jahre 25,3 Prozent. Seit zwölf Jahren wird Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Und die Ausschüttungsquote auch noch sehr, sehr niedrig. 17,7 Prozent. Nettoverschuldung zur EBTA minus 0,74. Vier Milliarden Marktkapitalisierung. Und KGV von 26,2. Ja, als nächstes kommen wir zum nächsten Riesenunternehmen. Wie wir es ja schon bei Apple hatten. Jetzt natürlich auch noch Microsoft. Denn diese riesigen Technologieunternehmen haben auch tatsächlich so unglaublich solide Bilanzen. Auch hier eben keinerlei Verschuldung. Minus 0,56 Prozent Nettoverschuldung zur EBTA. Da, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist, brauche ich glaube ich auch niemanden mehr erzählen. Das weiß auch schon mittlerweile jeder. Dividendenrendite 1,11 Prozent. Dividendenwachstum 10,05 Prozent. Kontinuität seit 19 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Und eine Ausschüttungsquote erst von 30 Prozent. Also auch hier wird es sicherlich noch viele Dividendenerhöhungen in den nächsten Jahren geben. Ja, wie sieht es bei ASML aus? Hier sehen wir auch sehr, sehr starke Gewinnentwicklung in letzter Zeit. Aber der Aktienkurs ist doch deutlich auch zurückgekommen. Dividendenrendite aktuell bei 0,57 Prozent. Bei Dividendenwachstum ja jenseits der 30 Prozent auf die letzten 5 Jahre. Kontinuität 12 Jahre konnte die Dividende Jahr für Jahr erhöht werden. Ausschüttungsquote ja noch niedriger sogar wie bei Microsoft nur bei 13 Prozent. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,5. Marktkapitalisierung fast 200 Milliarden Euro und ein KGV von 34,6. Also immer noch kein Schnäppchen, aber auch ein absolutes Qualitätsunternehmen aus den Niederlanden. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Qualitätsunternehmen, nämlich zu Cisco Systems. Dividendenrendite von über 3 Prozent, 3,32 um genau zu sein. Dividendenwachstum 4,74 Prozent. Kontinuität 11 Jahre wurde die Dividende jetzt Jahr für Jahr erhöht. Ja, wir sehen auch die Gewinne haben sich eben sehr, sehr schön entwickelt. Nur der Aktienkurs, der ist noch nicht wirklich mitgezogen. Ich denke, auch hier ist noch deutliches Potenzial. Die Bewertung mit einem KGV von 16 ist auf jeden Fall sehr günstig für dieses breit aufgestellte Unternehmen im Bereich der Internetinfrastruktur. Aber auch zum Beispiel im Bereich der Cyber Security. Da merkt man auch, wenn man auf die Homepage schaut, dass das dem Unternehmen auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, als nächstes kommen wir zu Enghaus Systems. Dividendenrendite 2,38 Prozent. Dividendenwachstum 19,34 Prozent. Kontinuität seit 15 Jahren, wird eben die Dividende nicht mehr gesenkt. Ausschüttungsquote bei 36 Prozent und Nettoverschulung zur EBTA sogar bei minus 1,01. Marktkapitalisierung 1,2 Milliarden für dieses kanadische Softwareunternehmen. Ja, und auch erst kürzlich der Platz 1 unter den besten Technologieaktien mit Dividende Texas Instrument. Hier sehen wir auch sehr, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung. Aktienkurs hat sich um 68 Prozent gesteigert in den letzten 5 Jahren. Dividendenrendite bei 2,88 Prozent. Dividendenwachstum bei 18,19 Prozent. Kontinuität seit 19 Jahren, wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. 73 Prozent Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,2. Marktkapitalisierung 150 Milliarden Euro. Und ein KGV von 17,1. Somit auch definitiv ein Unternehmen, das man sich mal genauer ansehen sollte. Wobei es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Branche ist, im Bereich der Halbleiter, sich da wirklich gut auszukennen. Ja, Expeditors International of Washington ist das nächste Unternehmen. Und auch hier sehen wir unglaubliche Gewinnentwicklung seit dem Jahr 2020. Der Aktienkurs hat sich um 70 Prozent gesteigert in den letzten 5 Jahren. Und die Dividendenrendite liegt bei 1,26 Prozent. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 9,24 Prozent. Seit 28 Jahren wird Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Also auch ein Dividendenaristokrat. Ausschüttungsquote erst bei 15 Prozent. Minus 0,88. Nettoverschuldung zur EBTA. Und 17 Milliarden Marktkapitalisierung. Das Ganze bei einem KGV von 10,9. Also auch ein sehr günstiges Unternehmen, das ich auch schon auf meine Watchlist gelegt habe. Ja, als nächstes kommt ein Unternehmen, in das ich schon länger investiert bin. Nämlich BlackRock. Und auch hier, ja, tolle Gewinnentwicklung. Nur in letzter Zeit ist es eben ein bisschen hinuntergegangen. Liegt natürlich auch an der allgemeinen Marktschwäche. Denn wenn insgesamt die Aktienmärkte fallen, dann fällt natürlich auch das verwaltete Vermögen von BlackRock. BlackRock ist ja der größte Vermögensverwalter der Welt. Und hier sehen wir auch eben, der Aktienkurs ist deutlich zurückgekommen. Aber noch 37 Prozent im Plus auf die letzten 5 Jahre. Dividendenrendite 2,88 Prozent. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 14,17 Prozent. Seit 12 Jahren wird im Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Ausschüttungsquote bei 51,7 Prozent auf den Gewinn. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,24. Und ziemlich genau 100 Milliarden Marktkapitalisierung bei einem KGV von 18. Als nächstes kommen wir zur Inter Public Group. Ein Unternehmen, das sicherlich auch nicht jeder von euch am Schirm hat. Hier geht es vor allem um Marketing und Werbedienstleistungen. Auch hier sehr, sehr schöner Gewinnanstieg in den letzten Jahren. Und ja, der Aktienkurs immerhin noch 57 Prozent im Plus auf die letzten 5 Jahre. Schöne Dividende gibt es hier auch, 3,82 Prozent. Dividendenwachstum 10,16 Prozent auf die letzten 5 Jahre. Und seit 9 Jahren steigt die Dividende eben jährlich an. Ausschüttungsquote auf den Gewinn bei 45,4 Prozent. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,18. Marktkapitalisierung bei 12 Milliarden Euro und ein KGV von nur 12. Also auch spannendes Unternehmen, das ich mir jetzt auch auf die Watchlist gelegt habe. Ja und als nächstes kommen wir auch zu einer Aktie, die recht günstig bewertet erscheint. Mit einem KGV von 9,2 und einer Dividendenrendite von 4,85 Prozent. Es handelt sich nämlich um die Best Buy Aktie. Aber wie ihr hier sehen könnt, der Aktienkurs ist deutlich abgestürzt. Das Unternehmen, ja da kann man so ziemlich alles kaufen, wie ihr hier unten schon sehen könnt. Dividendenwachstum liegt bei 22,11 Prozent auf die letzten 5 Jahre. Kontinuität seit 14 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Ausschüttungsquote bei 44,7 Prozent auf den Gewinn. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,43. Marktkapitalisierung 16 Milliarden Euro und ein KGV eben wie schon angekündigt bei 9,2. Somit auch definitiv ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Als nächstes kommen wir zu Tiro Price. Auch ein Vermögensverwalter, ähnlich wie BlackRock, nur eben deutlich kleiner. 12 Prozent Kurswachstum auf die letzten 5 Jahre. Aber das liegt natürlich vor allem daran, dass eben der Kurs in letzter Zeit so deutlich abgestürzt ist. Wir waren schon bei 135 Prozent Kursgewinn. Und ja, Dividendenrendite 4,39 Prozent, das ist natürlich sehr ordentlich. Das auch bei schönem Dividendenwachstum von 16,34 Prozent. Seit 36 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Die Ausschüttungsquote auch bei Moderaten 44,4 Prozent auf den Free Cashflow. Also die Dividendenkennzahlen, die sind wirklich herausragend. Auch die Verschuldung minus 0,39, Marktkapitalisierung 24 Milliarden Euro, KGV von 12,3. Ja, was will man mehr? Könnte man sich denken bei dieser Aktie. Natürlich auch schwieriges Umfeld mit den fallenden Aktienkursen. Ja, dann kommen wir als nächstes wieder zu einer deutschen Aktie und zwar zu Bechtle. Auch ein sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung. Der Aktienkurs ist um 54 Prozent in den letzten fünf Jahren gestiegen. Dividendenrendite bei 1,56 Prozent. Dividendenwachstum 19,16 Prozent auf die letzten fünf Jahre. Seit zwölf Jahren wird Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Ausschüttungsquote nur bei 28 Prozent. Nettoverschuldung zur EBITDA im negativen Bereich. Marktkapitalisierung bei 4,4 Milliarden Euro und den KGV von 18. Also ein weiteres tolles Technologieunternehmen aus Deutschland. Und jetzt gehen wir nach Japan, nämlich zu Aika Kogyo. Und hier sehen wir auch, ja, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung. Beim Aktienkurs sieht es aber weniger gut aus. Minus 18,5 Prozent auf die letzten fünf Jahre. Ihr seht ja auch schon, in welchen Bereichen das Unternehmen überall tätig ist. Dividendenrendite bei 3,39 Prozent. Dividendenwachstum bei 3,62 Prozent. Seit 15 Jahren musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden. Ausschüttungsquote liegt bei 52,5 Prozent auf den Gewinn. Nettoverschuldung zur EBITDA, ja, das ist sogar der höchste Wert. Minus 1,14 und Marktkapitalisierung bei 1,4 Milliarden Euro. KGV bei 15,5 und ja, ich denke auch fair bewertetes Unternehmen. Ja, ich hatte die Aktie auch bisher nicht so sehr auf dem Schirm, aber auch eine Aktie, die man auf jeden Fall verfolgen sollte. Gerade japanische Unternehmen ja häufig sehr, sehr günstig bewertet. Und hier stimmt auch absolute Qualität, muss man sagen. Ja, und als nächstes kommen wir wieder zu einem deutschen Unternehmen und zwar zu New Work. Besser bekannt unter dem Namen Xing. Ja, ich hatte eigentlich auch immer den Eindruck, dass das Geschäft da nicht so gut laufen kann. Aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich aus, wenn wir unsere Gewinnentwicklung ansehen. Der Aktienkurs ist stark gefallen, Dividendenrendite bei knapp 5 Prozent, Dividendenwachstum 17,22 Prozent, Kontinuität auf die letzten 10 Jahre, ja, musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden. Ausschüttungsquote bei 53,8 Prozent, Nettoverschuldung zur EBITDA minus 0,93, Marktkapitalisierung 0,7 Milliarden bei einem KGV von 20. Also die Kennzahlen sehen auf jeden Fall gut aus, wie stark die Zukunft von Xing ist. Ja, da bin ich mir jetzt weniger sicher, weil doch LinkedIn, denke ich, deutlich stärker ist in diesem Bereich. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, und als nächstes kommen wir zu Monster Beverage Aktie. Auch hier natürlich unglaubliche Gewinnentwicklung. Der Aktienkurs ist um 64 Prozent gestiegen in den letzten 5 Jahren. Dividende gibt es noch keine, aber dafür sehr, sehr solide Bilanz. Minus 1,66, Nettoverschuldung zur EBITDA, Marktkapitalisierung bei 51 Milliarden Euro und ein KGV von 41. Ja, als nächstes kommen wir zu Alphabet, besser bekannt unter dem Namen Google. Und YouTube und so weiter gehört natürlich auch dazu. Ja, hier natürlich auch sehr ordentliche Gewinnentwicklung, soll auch in Zukunft wieder so weitergehen. Aber der Kurs ist trotzdem deutlich eingebrochen. 73 Prozent sind es trotzdem noch auf die letzten 5 Jahre. Dividende gibt es hier auch keine, dafür auch minus 1,17 bei Nettoverschuldung zur EBITDA. Ja, Marktkapitalisierung 1275 Milliarden Euro und ein KGV von nur 18. Also ich finde die Bewertung auch von Alphabet sehr, sehr interessant. Als nächstes kommen wir zu Intuitive Surgical. Hier geht es eben um Medizintechnik und ja, der Aktienkurs ist um 95 Prozent gestiegen in den letzten 5 Jahren. Die Gewinne sind auch deutlich angestiegen. Natürlich auch keine Verschuldung, sonst wären Sie ja heute in diesem Video nicht dabei. Marktkapitalisierung 90 Milliarden Euro und ein KGV von 65. Das ist das Einzige, was mich doch von einem Investment abhält, die viel zu hohe Bewertung aus meiner Sicht. Ja, dann kommen wir als nächstes wieder zu einem deutschen Unternehmen, nämlich zu Bayersdorf. Und auch hier sehen wir, ja, die Gewinne steigen an. Zwar nicht so rasant wie bei manchen anderen Aktien, aber sie steigen zumindest. Und der Aktienkurs, ja, der hat sich eigentlich nur seitwärts bewegt in den letzten 5 Jahren. Dividendenrendite 0,73 Prozent. Dividendenwachstum ja nicht vorhanden, also es wird immer die gleiche Dividende bezahlt. Kontinuität seit 18 Jahren musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden. Ausschüttungsquote 39,3 Prozent. Ja, sehr solide Bilanz, auch sehr hohe Eigenkapitalquote und minus 1,39 bei Nettoverschuldung zur EBTA. Marktkapitalisierung 21,6 Milliarden Euro. KGV, ja, meiner Meinung nach auch deutlich zu hoch. 30er KGV für dieses langsame Wachstum. Wäre mir persönlich zu hoch, aber wer eben ein sehr, sehr sicheres und solide aufgestelltes Unternehmen sucht, ist auf jeden Fall bei Beiersdorf an der richtigen Adresse. Ja, und als nächstes kommen wir zu einem weiteren deutschen Unternehmen, nämlich zu Nexus. Sicherlich etwas weniger bekannt, aber sehr, sehr spektakulär, wie sich hier die Gewinne entwickelt haben. Und genauso soll es eben auch in Zukunft weitergehen. Der Aktienkurs ist um über 100 Prozent gestiegen in den letzten fünf Jahren. Dividendenrendite bei 0,38 Prozent. Dividendenwachstum 6,60 Prozent. Also für uns Dividendeninvestoren gibt es noch nicht. Sonderlich viel, aber es wird sicherlich noch kommen in Zukunft. Kontinuität seit 10 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow erst bei 11,2 Prozent. Nettoverschuldung zur EBTA bei minus 0,23 Prozent. Marktkapitalisierung bei 0,8 Milliarden. Und KGV von 44, also definitiv auch eine Aktie, die man sich auf die Watchlist legen sollte. Ja, als nächstes kommen wir zu ADEKA, ein weiteres japanisches Unternehmen aus dem Rohstoffbereich. Und Dividendenrendite liegt hier bei 3,45 Prozent. Dividendenwachstum bis 17,35 Prozent. Auch hier wieder sehr günstige Bewertung 9,6 und Marktkapitalisierung erst bei 1,6 Milliarden Euro. Aktienkurs, ja, um 13 Prozent gestiegen in den letzten fünf Jahren. Auch hier also nicht sonderlich spektakulär. Aber günstige Bewertung, schöne Dividende. Also gerade wenn man mal Unternehmen auch aus Japan dabei haben möchte im Portfolio, sind in diesem Video ja auch ein paar mit dabei. Ja, das nächste ist nämlich auch gleich aus Japan, nämlich SCSK. Und hier sehen wir auch, ja, Gewinne sind ordentlich gestiegen. Aktienkurs um 25 Prozent, immerhin in den letzten fünf Jahren. Hier geht es auch eben um IT, Software und so weiter. Dividendenrendite 2,3 Prozent, Dividendenwachstum von 10,34 Prozent, Kontinuität seit 22 Jahren musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden, Ausschüttungsquote bei moderaten 45 Prozent, Nettoverschuldung zur EBITDA bei minus 0,63, Marktkapitalisierung bei 4,5 Milliarden Euro und ein KGV von 17,7. Als nächstes kommen wir nochmal zu einem japanischen Unternehmen und zwar zu Sugi Holdings. Ja, der Aktienkurs minus 19 Prozent auf die letzten drei Jahre. Hier hatte ich eben keine Daten von fünf Jahren, daher nur drei Jahre. Aber ja, das ist natürlich auch keine tolle Entwicklung und der Gewinn, ja, wir sehen, er steigt. Zwar nicht sonderlich schnell, aber immerhin. Ja, Dividendenrendite 1,35 Prozent, Dividendenwachstum 6,59 Prozent. Seit 13 Jahren musste die Dividende nicht mehr gesenkt werden und Ausschüttungsquote bei knapp einem Viertel. Nettoverschuldung zur EBITDA wieder sehr, sehr gut, minus 1,65, Marktkapitalisierung bei 2,5 Milliarden Euro und ein KGV von 20. Ja, und das war es jetzt auch mit den 30 schuldenfreien Unternehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und macht's gut.